Hallo und herzlich willkommen weiter auf Folge LS22 mit dem Mark Aufbau und frischen Karte. Wir sind wieder fleißig dabei zu ackern. Stopp starten. Vielleicht drehe ich den einfach nochmal mit dem Pudding. So, wir fahren sofort weiter. Ja, wir müssen das immer wieder einklappen eben, weil sonst macht der das nicht. Drescher läuft, Abfahrer ist unterwegs. Mal schauen, lasse ich jetzt mit Kursplay laufen. Da müssen wir gleich nochmal in meinem Trauen tappen. Ob und wie und was und so. So, dann kurz gucken, wie viel Geld das wohl gibt. 27.000 Euro. Da steht er und wartet. Und nein, es ist nicht mein Trecker. Der ist gemietet. Denn, ah, der läuft 73 oder irgendwie sowas. Also, der ist schon zügig. Und eigentlich nur deswegen habe ich mir den gemietet. Kostet 14.000 Euro oder so. Habe ich mir deswegen jetzt gemietet, dass ich den jetzt nutzen kann, dass ich meinen Vario weiter behalten kann. Der brauche ich wahrscheinlich nämlich auch noch. Abfahrerfeldbegranzung. Fruchtumfahrung. Nein. Kein Parken am Feld. Ja, Route B&M-Pler automatisch auftankt. Tut tut tut. Uu. Mh, 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 mh. Linienhöhe, Traktoren, alles andere ist dann wieder uninteressant. 39 ist auch fertig. Das 39, das ist schön, denn dann kannst du nämlich wieder hierhin fahren. Ach, der Fast Truck wird auf jeden Fall einige, einige Male fahren müssen. Bis zum Bahnhof ist das nämlich ein ganz schönes Stück abschließen. Man könnte deutlich die Spritzenaufträge noch machen. Ballenpressen. Habe ich sowieso gerade keine Kombi über. BGA, Gärtnerei, die könnte man noch mitmachen. 25. Aber wahrscheinlich mit so viel Krödel, den ich da sowieso am Hammer, könnte man halt höchstens den machen. Der ist halt auch unheimlich zügig. Ich will den aber eigentlich nicht vor den Dingen spannen. Vor dem... Ich überlege halt, ein bisschen Stroh zu sammeln. So, zwei, drei, vier Ladewagen vor. Jetzt ist halt nur die Frage, mit welchem. Mit dem glaube ich nicht. Da werde ich mich jetzt die Spritzenaufträge mitmachen. Dann werde ich das glaube ich mit dem... Mach-E-Tisch machen. Ach, mit dem Mercedes, mit dem... Mit dem Vario. Da ist sowieso nicht so viel drin. Egal. Spritzen. 7, 6 muss da hin. Da fährt er jetzt einfach erstmal hin. Dann richte ich den so ein, dass er, wenn er was hat, dabei was holen fahren kann. Aber wenn er jetzt zu 7 und 6 fährt, könnte man halt einfach den erst zum Bahnhof schicken und dann einmal vormachen. Äh... Einkauf, Bahnhof... Ja, wir werden warten. Ähm... Der ist nämlich fertig. Ich habe nämlich keine Düngeraufträge mehr. Das heißt, ich würde jetzt den Dünger wegstellen, den Ladewagen dahinter binden und mal eben so 2, 3, 4 Sattel, so wie Zeit ist gerade. Dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir dazu keine Zeit haben. Na, guck mal, er lädt schon mal den Dinkel ab. Das ist schon mal optimal. Wenn das weiter so gut läuft, dann ist ja alles optimal. Sicherlich kriege ich gleich auch wieder Klamotten. Ähm... Ich will halt einen schnellen Trecker haben. Das, dadurch, dass ich noch keine LKWs habe. Ähm... Ähm... Könnte ich den einfach auf die 42 schicken, das Dreck gegenüber. Dann hätte ich nämlich nicht das Problem. Ist beim Bahnhof angekommen. 30, 60, 90... Also könnte man sagen... Abfahren bei... Ja, 85 ist optimal schon wieder. Der fährt auch noch hier hin. Katastrophe. Das wollen hier aber auch wieder alle hin. Wenn ich jetzt wissen muss, wo man spritzen müsste. 7 und 6 waren das. Dann fährst du mich jetzt wieder zum Bahnhof, als zum Hof. Zuck. Wir kurz gucken. Söhle. Einmal aus und drumherum muss reichen, oder? Ja, können wir eigentlich machen. Einmal aus und drumherum muss reichen. Kursgenerierung 45. Wir können mal kurz gucken. Äh, zetten. Ob der Kurs da ist? Ja, der Kurs ist da. Könnt ihr mal mal ausklappen, ob das der kaputte Kurs ist, oder ob das der gute Kurs ist? Ah, der ist der kaputte Kurs. Siehst du sowieso schon. Ähm, richten wir den eben kurz ein. Der, wir speichern jetzt erst den alten Kurs ab. Zetten ändern, Eintrag löschen, aktivieren. Kursgenerierung. D, 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 D. Bahnversatz habe ich rausgenommen. Zwei Mal vorgewende, passt also auch. Zack, 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 äh, genau. Zetten, 17 Meter, okay. Äh, wo fängt der an? Äh, aber der hat Schwader gefahren, oder? Änderer Modus, Eintrag löschen, aktivieren. Löschen, Kürze öffnen. Spirale, Kreise, hoch, runter. Äh, Feldbette, hoch, runter, lange Kante, eingestellt, zack. Zetten, 17 Meter, okay. Äh, wo fängt der an mit dem Karkurs? Macht der jetzt erst die Bahn rein? Äh, weißt du was? Fang doch mal, fang. Ich gehe davon aus, dass der Schneider fertig ist. Von daher mache ich mir das keinen großen Wirbel. Ähm. Ich überlege gerade den Dingens. Beim Blatt mache ich fertig. Äh, 313 PS, 313, so. Ich überlege, ob das mit dem Vario eine dumme Idee ist. Ich überlege, ob das mit dem Vario eine dumme Idee war. Ich überlege, ob das mit dem Vario eine dumme Idee ist. Ich überlege, ob das mit dem Vario eine dumme Idee ist. Denn, ähm. Ich überlege, ob das mit dem Vario eine dumme Idee ist. Denn, ähm. Ich würde aber auch nicht vergessen. Ich würde aber auch nicht vergessen, ich werde wahrscheinlich die nächsten zwei Minuten sowieso nicht pressen fahren, gehe ich davon aus. Das ist halt meine große, also das heißt große Überlegung. Ähm. Ähm. Ich brauche theoretisch jetzt Leistung für die Presse. Ähm. Und ich überlege gerade, wenn ich die Presse... Obwohl, theoretisch könnte der Blaue schwaden. Und dann presse ich, wenn mit dem 7R oder mit dem Vario, dann könnte der Blaue trotzdem schwaden. Ähm. Der MF zettet. Der Vario. Also der 7... Äh. 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 Dann kommt ja der 7R zurück. Mit dem Mähn. Dann könnte ich den theoretisch nutzen. Also der MF schwadet. Äh. Der MF zettet. Der Blaue schwadet der T7. Der 7R. Oder der 942, wo ich jetzt drin sitze. Die nutze ich zum... Ähm. Die nutze ich zum... Zum Pressen. Weil die kommen ja sowieso wieder. Äh. Und welcher Tracker ich denn überhabe. Weil ich denke mal, wenn ich mit Grober Mission einigermaßen durch bin, geht's auch an die Dings Mission. Da geht's auch schon fast wieder in Richtung Säen. Ähm. Ähm. Haben wir hinten eigentlich Kurse? Oder hinten sind echt Kurse drin. Katastrophen. Ähm. 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 Wenn ich den jetzt hier runterschicke, fährt er hier runter. Ich hoffe es einfach mal. Äh. Äh. Der braucht den ja nicht. Der braucht nur den Kurs. Und wir gucken mal kurz beim Dinkel vorbei. Ja. Läuft. Hier an der Kante ist jetzt ein bisschen... ...schwierig. Aber... Läuft. Wenn man mal ganz kurz eben ein bisschen anpackt. Ähm. 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 Denn... Sonst habe ich... Sonst könnte es mit den Treckern glaube ich nicht passen. Das hat... Meine größte Besorgnis ist eigentlich, dass ich für die Presse nachher zu wenig Leistung habe. Und sie dann ewig brauche. Auch wenn der CT7e zurückkommt. Oder der Varioe gerade nicht so wilde Sachen macht. Weil ich gehe davon aus, dass ich mit Pressen und Säen relativ eng jetzt gleicheinander rutsche. Oh. Und dann ist ja, wenn der mit Säen fertig ist, ist ja auch der Dings eigentlich fertig. Der... Der 8e. Aber 8e Pressen ist auch so eine Sache. Weiß ich nicht. Ähm. Weiß ich nicht. Ähm. Unterscheidung. Wahrschaftsplatz. Aufs Hof warten. Okay. Ähm. Na gut. Das läuft so oder so. Dann wenn wir das mal volllaufen lassen. Kann der nämlich dann nachher wieder zum Hof einfach fahren. Da stehen irgendwo Tankpreise. Die fülle ich für die Mietkosten, Betriebskosten. Kostenkraftstoff. Eieieiei. Da. Ähm. Verbrauchte... Verbrauchte... Verbrauchte Kraftstoff in Litern. Alter. Zehntausend Liter Kraftstoffstoff verbraten hier auf der... In ein paar Stunden. Aber hier läuft halt auch immer Klamotten. Das ist halt echt Wahnsinn. Ja gut. Dann werden wir das erstmal dabei so belassen. Thorion. 36. Was ist denn der Thorion? Der mäht jetzt die Kante da raus. Der ist da am Dingsen. Der fährt zum Hof zurück. Der ist am... Ernten. Wie dürfen wir unsere Flächen nicht vergessen? Die sind ja sowieso auch reif. Hm. Gut. Dann machen wir uns aber morgen darüber Gedanken. Ich bedanke mich bei euch erstmal ganz herzlich für das Zuschauen. Wir hören uns mal wieder bis Donner. Tschüss. 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 Tschüss.